Ich bin auf der YouTuber-Insel. Hey, und was geht? Ich bin Yami und ich wurde einfach von Standardskill, iCrymax und iY4D und allen anderen, wie zum Beispiel Ami, Lofti und so ausgewählt, mit auf die Insel zu kommen. Jeder musste eine Bewerbung machen und ich hab denen einen speziellen Song gemacht. Das war ihre Reaktion darauf. Oh nein! Ihr wisst nicht, wer Yami ist? Doch. Scheiße. Ey! Junge! Ey, aber auch einer meiner Favoriten. Für mich ist der Safe der Beste gewesen. Der ist bei mir absolut der Favorit. Ja, Yami ist sehr, sehr super. Die beste Bewerbung fand ich auch, sowieso. Außerdem hab ich heute noch eine Folge hochgeladen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Checkt es ab, vergisst nicht, ein Abo und Like dazulassen und bis zum nächsten Mal. Also, ich bin ein Abo und Like dazulassen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.